Fickt sie mich gerade durch, oder was? Egal, ich geh einkaufen. Typisch Frau, oder? Krieg ich direkt ein Aggress, ne? Krieg ich direkt ein Aggress. Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem wohl leisesten Video auf dem Kanal. Meine Freundin schläft nicht weit von hier. Und ich muss was aufnehmen, aber ganz leise. Es wird schwer, ich weiß. Ich raste ja gerne aus, wenn ich verschissene Mitspieler hab. Aber gerade bei LOL kann mir das nicht passieren. Ihr wisst ja, wir spielen jetzt das richtig mit Menschen. Zu meinem dritten Spiel. Praktisch so als Mini 4000 Abonnenten Special. Ich werde sofort die verfickte Ash nehmen, sonst raste ich aus. Und das wird euren Ohren nicht gut tun. Ich akzepte. Und wehe, ich muss ein Humongolus spielen. Was willst du mich verarschen? Du kleine Geburt der Hölle. Was ist das für ein lustig dreinschauender Mann? Wood League Warriors. Holzsoldaten oder wie? Naja, warten wir einfach mal ab. Und hoffen, dass ich Ash nehmen kann. Sonst wird meine Freundin aufwachen. Das geht ja wirklich extrem schnell voran hier. Juhu. Wehe, nehmt nicht alle an. Komm schon. Komm schon. Du auch. Du auch. Du räutiges Stück Scheiße. Warum hast du das getan? Bereits jetzt hasse ich einige Spiele dieses Spiels. Ich hoffe, sie werden überfahren. Alle guten Dinge sind drei. Ihr Schweine. Was machst du? Ja, Ash, Ash. All the world on one hand. Ich hoffe, sie wird wirklich so ausgesprochen. Asche. Was ist gerade passiert? Ein weiteres Mordopfer. Ich glaube, dieses Video findet ausschließlich in diesem Bildschirm statt. Bis ins Spiel werde ich heute wohl nicht mehr kommen. Vielleicht kann ich in diesem Jahr noch ein Spiel starten. Jawohl. Auf. Ja. Sehr gut. Ihr auch. Ihr zwei. Du. Ash. Hab ich gewählt. Und wenn jetzt ein Stück Scheiße meint, dass es einfach rausgeht. Ich werde ihn finden. Und ich werde ihn töten. Unglaublich, wie bereits bei der Champion Selection mein Adrenalinspiegel ansteigt. Bis ins Unermessliche. Muss ich auch auf die Gegner warten. Wenn ein Gegner jetzt nichts zieht, fängt es dann wieder von vorne an. Bitte nicht. Summoner 3. Willst du morgen eine Gabel in deinem Hals vorfinden? Summoner 3. Haben wir es geschafft? Können wir gleich spielen? Ich glaube es nicht. Ich kann endlich spielen. Tja, ich werde mir erstmal diesen Knüppel des Todes holen. Ihr wisst ja, mit dem spiele ich am liebsten. Was muss ich denn nochmal? Die W, habt ihr gesagt, ne? Oder die Kuh. Kannst du dich vielleicht mal fokussieren, du verschissene Kamera? Ich habe ganz vergessen, wo ich nicht muss. Ich glaube, ich muss unten lang. Hab dem ihr gesagt. Ihr seid doch meine kleinen Lehrer. Ich denke, dass ich ordentlich reinhauen werde, weil ich einfach einer der besten Spieler auf der Welt bin. Hast du gesagt, du kannst dich verstecken vor mir, ne? Aber ich bin die Frau. Sie schießt mich an. Fickt sie mich gerade durch, oder was? Ich mache jetzt einfach mal easy mein First Kill. Ganz locker habe ich euch den mal hingehustelt hier. Denkt dran. Das sind menschliche Gegner, die ich hier gerade ficke. Das heißt, ich bin eigentlich schon global. Oder wie das hier heißt. Silber, Gold, wertvolles Material. Ich bin aufgelevelt. Das werde ich auf gar keinen Fall levelen. Diesen verschissenen Hawkshot. Wie kann ich das abbrechen? Hm. Fuck. Und jetzt gehen wir hier mal ordentlich Dampf auf die ganze Geschichte. Ich weiß, irgendwie muss ich diese Last Kills machen. Aber die kleinen Wichsbeutel klauen die mir ja immer. Meine eigenen kleinen Pimmelnasen klauen die mir. Ist da jetzt die Frau hier in dem Scheiß? Ja, gell? Komm schon, die kriege ich. Die kriege ich, die räudige Bitch. Komm doch, einen verschissenen Schuss, Alter. Hau den rein. Bist du bescheuert? Edel, Alter, edel. Diese Lucky Bitch, oder? Heilige Scheiße, Mann. Wie kann man da so unglaublich lucky sein? Ich habe mir mal eben den Stiefel der Flinkigkeit geholt. Ja, das ist ein Wort. Und jetzt raste ich richtig aus mit der räudigen, verkackten Frau da oben. Kannst du aber schnell mal laufen, bitte. Die ist so scheiße, langsam. Ich bin der Einzige, der Killz hat Leute. Die müssen ein bisschen reinhauen hier, die Kollegen. Sonst wird das nix. Ich sehe da keinen vorankommen. Da meint sie gerade, sie kann herkommen und mich abfacken jetzt. Guckt euch meine scheiß Minions an. Wie sind mir meine ganzen Kills klauen? Ich raste aus. Ja, verpiss dich von meinem scheiß Bot hier, ja? Ah, fuck, ey. Wir müssen jetzt mal ein bisschen reinhauen. Mademoiselle, es gibt jetzt nicht so langweilige Aufenthalte, sondern hier wird mal ordentlich reingepimmelt, verstehst du? So. Nein, ich habe diesen dreckigen Hawkshot gemacht. Ich bin so ein Arschloch. Den wollte ich doch gar nicht machen. Friss meinen... Ach, fuck. Egal, ich gehe einkaufen. Typisch Frau, oder? Nicht so laut. Ich werde durchgehend so richtig... Nein, nicht nochmal recallen. Ich bin doch schon zu Hause. Du blöde Blunz. Ich kaufe mir erst mal ein paar Trinke, so. Jetzt kriegt mich nämlich keiner mehr. Ich bin ausgerüstet. Die ist schon Level 6, die räudige Bitch, Alter. Finde ich nicht edel von ihr. Überhaupt gar nicht edel. Guck mal, wie sie hier auf meine kleinen Männer schießt. Und schon wieder kriege ich von meinen eigenen Leuten hier meinen Scheiß... meinen Scheiß geklaut. Ja, verpiss dich, ey. Mein Turm macht dich fertig. Sau, du alte Kacknase. Alter, ich mach dich fertig, ey. Ich bin gerade richtig aggressive auf die. Und ich kann es aber nicht zeigen. Aber ihr merkt, dass ich aggressive bin, oder? Ich muss unbedingt im Level weitersteigen. Sonst macht ihr mich fertig, die Drilla. Jetzt ist der Turm dran. Wir brauchen mehr Minions. Da kommt sie wieder angeschlappt. Krass. Weil sie meint, sie kann uns... Sie kann mich hier irgendwie beeindrucken mit ihrem Scheiß. Alter, ich gebe ihr direkt... Wenn sie näher kommt, gebe ich ihr Ultra in die Fratz. Die lädt doch gerade ihre Ultra-Attacke auf, ne? Die Nase. Guck mal, wie sie mich schon anguckt. Wie sie herkommt. Und meint, sie kann mich killen. Ja, ja. Ich habe mir nur das Geld geholt. Guck mal, guck mal, guck mal. Was sie... Was sie meint, dass sie mich hier irgendwie ficken kann. So, sieht es nämlich aus, Fräulein. Die Fickung ist ganz deinerseits. Ich gehe einkaufen. Ne, gehe ich nicht. Ich muss jetzt hier den Turm halten. Ich bleibe noch so lange hier, bis meine Minions reinkloppen können. Ja. Ach, fuck. Ich habe die Ultra zu früh... Zu früh gelevelt, oder? Kann das sein? Aber die ist noch zu nah an unserem Turm. Ich kann die jetzt nicht alleine lassen hier. Was ist das hier für ein Scheiß? Okay, geil. Ich wollte doch einkaufen gehen, mit dem ich voll zurückhält hier. Ich wollte doch dick shoppen gehen. Das ist echt eine Noodle, ey. Alter. Die Trulla suckt gerade richtig hart, ne? Hallo. Was macht denn ihr Minions überhaupt? Meine Minions machen gar nichts mehr. Ich stehe nur blöd rum mit der Zunge im Maul, verstehe ich? Kriege ich direkt einen Akkress, ne? Kriege ich direkt einen Akkress. Jetzt machen wir dich fertig, du Bitch. Oh, fuck, fuck. Doch nicht. Komm her. Ich habe rausgeklickt, fuck. Das Spiel ist komplett gecrasht. Ich konnte jetzt wieder reconnecten und bin nicht verreckt, Alter. Ash ist die Beste, Alter. Direkt einkaufen, aber richtig. Sie kann sich mal fett was gönnen. Das gönne ich ihr jetzt. Komm, sowas hier. So sieht es für mich aus. Ihr habt doch jetzt nicht ein Turret zerstört, oder? Fuchst mich ein bisschen. Aber ich bin hier unten noch schön am Halten. Sie ist schon Level 10. Klar, sie hat ja auch eine Minute Zeit gehabt, ohne mich zu spielen, ne? Die Kacknase. Wir müssen jetzt echt ran. Ich drücke einfach alles weg hier, ohne ihr irgendwas zu geben. Wow. Meine Ultra, die habe ich ja so geil eben verschossen, ne? Das war ja schon fast Zauberei, was ich da gerade getrieben habe. Ich glaube, die ist einkaufen gegangen. Ist ja auch nur eine Frau, ne? Also von daher kann man jetzt ordentlich reinkloppen. So, zack. Bam. Bam. Jetzt reißen wir den Scheißturm zusammen. Ja, komm schon, komm schon. Da kommt sie. Fuck. Der Scheißturm trifft mich sogar noch einmal. Will ich mich verarschen? Oh, meine Leute müssen mich gerade voll beschützt haben vor dem Schuss. Ah, daneben, du Beine. Ich kriege sie noch, ey. Ich kriege sie noch. So, Leute, jetzt gehen wir ran. Kommt. Hopp, hopp, hopp. Ich muss die alte stunnen. Ich muss die stunnen. Komm. Komm. Ja. Ich würde so gerne jetzt so ein bisschen lauter werden, aber ich kann nicht. Ich habe das Mikrofon auf 100% gestellt. Wisst ihr, auf wie viel das sonst steht? Sonst steht es auf 7%. 7%. Wisst ihr, wie viel das ist? Viel weniger. Oh, fuck. Wer kommt denn da? Level 6. Lächerlich. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hat er gedacht, er kann mich ficken, aber nicht mit mir, ey. Ich komme direkt zurück und fick ihn weg. Oh, fuck. Keine Minions mehr. Scheiße, scheiße. Minions, komm schon. Ich habe überhaupt nicht den Blick, ob es jetzt gerade gut oder schlecht um uns steht. Also, bei mir hier auf der Lane, ich finde, ich halte die irgendwie so mittelprächtig, aber... Oh, fuck. Ist der krass, Mann. Das ist so ein Ultrakiller, der richtig krass reinhaut. Ich fick dich weg, du Drecksack. Warte nur, bis irgendwas von mir aufgeladen ist. Scheiße, scheiße, fuck. Nein. Oh, Gott. Verfickt nochmal, war das knapp, dieser kleine Sohn. Wir haben ja gerade noch entkommen, ich glaube es nicht. Egal, jetzt kann ich einkaufen. Ich habe ja ultra viel Geld. Und mal einzukaufen ist ja auch mal eine wichtige Geschichte, ne. Man kann ja nicht immer nur die anderen für sich einkaufen lassen. Das geht ja nicht. Wir müssen das machen. Fuck, Mann, wie knapp. Und nur, weil die andere Tussi ihm zur Hilfe gekommen ist, Alter. Nur deswegen. Scheiße, ich muss mich beeilen. Die reißen den Turm ein. Fuck, fuck, fuck. Los Minions, haut rein. Hop, 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 hop. Ja. Der Turm ist nochmal gerettet. Jetzt raste ich aus, Leute. Jetzt raste ich richtig aus. Ah, fuck mich das ab. Es war so knapp. Es war so enorm knapp. Jetzt ist Level 12. Ja, klar, natürlich. So. Komm. Fick ihn. Auf. Wo ist hin? Ja. Oh, Gott, ja. Leute, ich bin so ein bisschen gekommen. Ich habe schon wieder die Scheiße gekriegt. Oh, Gott, was habe ich... Warum mache ich jedes Mal diesen Ficks? Was ist das? Ich meine, klar, ich habe jetzt gemerkt, das ist gar nicht so übel, wenn die Trulla irgendwo hinrennt. In ihre Gemächer. Ihr wisst, was ich meine. Aber hopp. So, jetzt ficken wir den Scheiß-Turm da und kommt schon alle zusammen. Wie viel Life hat denn der noch? Nix mehr. Hopp. Hopp, Leute, sterbt nicht, sterbt nicht. Komm schon. Wir machen das. Ja. Wie kann ich denn so ein Ding so rückgängig machen, so eine blöde Attacke? Wow, 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 wow. Fuck. Stunt, stunt, stunt. Renn, renn, renn. Lauf. Ja. Die Fresse gestunt. So schnell kriegt man den Dummabber nämlich nicht dauernd, verstehst du? Zack. Zack. Ja, verpiss dich, verpiss dich nur. Wir schließen uns beide an und rennen wiederum. Guck mal, wie sehr in dem Scheißgebüch steht. Nein. Oh, fuck. Oh, da holte sich die Revanche, die Reutigum. Aber, aber, denk dran, dass ich trotzdem der Bessere bin, weil mein Turm länger durchgehalten hat, verstehst du? Ich bin viel, viel besser und hübscher noch dazu. Aber der Turm wird jetzt nicht mehr lange halten. Die Boxen jetzt die Creeps weg und dann gehen sie weiter. Ja, da kommen meine Creeps, wir haben nochmal eine Runde Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich kaufe schnell ein und gehe dann los. Okay, ich brauche den Schuh des Jahrtausends. Habe ich ihn jetzt, ja. Und dann noch trinke. Fuck, der Turm ist down. Das schaffe ich nicht. So schnell bin ich nicht. Scheiße. Bam. Komm, wie sie wegrennt, weil sie denkt, ich fixe. Und da hat sie auch vollkommen recht. Oh, scheiße, scheiße. Fuck. Nein, nein. Oh Gott. Lost Minions, helft mir. Scheiße. Okay, die dürfen den Scheiß-Turm jetzt nicht kriegen. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Gott, wie ich sie jetzt gebumst habe, Alter. Das tut gut, Leute. Das tut extrem gut. Ich gehe nochmal schnell nach Hause. Halt, nee, nee. Um, dass meine Creeps mal so ein bisschen vorstoßen können, wüsste. Okay, jetzt. Wow, meine Creeps konnten aber echt weit gehen. Enorm. Der Vorstoß war enorm. Okay, Leute, ich muss nochmal kurz was einkaufen. Und zwar ein paar Trinke. Wie bin ich so? Gibt es eine Zukunft für mich als ACDC oder ADEC als Frau? Ich hoffe einfach, dass meine Mates voll abgehen. Aber es sieht sau schlecht aus irgendwie, ne? Wenn ich das so sehe. Die sind in der Mitte einfach durch. Vielleicht können wir hier oben irgendwas gut machen. Ich bin jetzt ein Level höher als sie. Das heißt, sie ist geliefert. Wie, ich kann nur das leveln. Scheiße, Leute. Wir sind gleich down, ne? Das sehe ich doch richtig. Scheiße. Was machen denn die Mates? Gar nichts. Schlafen die oder was? Ja, hau rein. Hau rein. Komm, du bist Level 13. Das hier dürfen sie nicht kaputt machen, ne? Das Teil. Ich habe zweimal den gleichen verschissenen Schuh. Verarsche ich mich gerade selbst? Ich bin so bescheuert. Das habe ich auch zweimal. Ihr sagt mir gar nichts. Ihr guckt die ganze Zeit nur zu und lacht. Finde ich so ein bisschen assi, wenn ich ehrlich bin. Leute, ihr macht das da oben jetzt, okay? Ich raste jetzt hier unten aus und mache die down. Die Bitch, die Haarige. Ich bin bereit. Versuch dich in Sicherheit zu bringen, du dumme Trulla. Jetzt gebe ich dir den Stun des Jahrtausends. Dann gebe ich dir das hier. Und jetzt. Yeah. Ich heile mich jetzt einmal, um dann direkt weiter zu gehen. Ich gucke, dass ich jetzt sofort mit meinen Truppen vorstoßen kann. Die hat wahrscheinlich 45 Sekunden, ne? Oder noch länger? Keine Ahnung. Wie oft wird sie denn schon gekillt? Viermal? Wir müssen jetzt hier nur durch. Wir müssen jetzt hier einfach nur durchgehen. Mach es nur durch. Aber nicht so viel, wie ich will. Weil es ist zu viel, Leute. Ja, Gottlike, ich weiß. So bin ich halt, ne? Ich weiß, es war nicht für mich, aber trotzdem bin ich Gottlike. Das muss mir keiner sagen, weißt du? Das ist der Unterschied zu den Noobs. Ich weiß, dass ich Gottlike bin. Das ist oftmals halt wirklich die Sache. Da kriege ich direkt wieder einen Hals, Leute. Da kriege ich direkt einen Hals, ne? Hopp, Leute. Weiter. Ich müsste jetzt, ich hätte es dann müssen. Jetzt hier. Die wäre down gewesen. Oh shit, Mann. Da. Sei erstmal ruhig, Bitch. Komm. Ja. Ich weiß, ich bin nicht legendary. So ist es halt, ne? Man muss auch manchmal die Wahrheit einfach aussprechen. Nein, nein, nein. Türmchen, nicht auf mich. Ich bin doch der gute Ritter von den Gegnern, der dich befreien will, Türmchen. Ist das hier der Turm? Doch. Ich kriege dir live von dem Turm angezeigt. Das habe ich gar nicht gewusst. Leute, ich habe so ein bisschen drauf, glaube ich. Ich mache die Trollers are down. Guck mal, wir sind voll da. Wir sind da. Wie kann ich denn die rufen, die Mongos? Nein, nicht recallen. Scheiße, da kommt sie angerusht. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck, 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 fuck. Das war ein Fehler, ich hätte nicht so nah ran dürfen. Das war klar, dass ich verreck jetzt. Was macht ihr denn da unten? Leute, bitte, kommt. Ich habe da oben voll Platz gemacht. Ich reiße den Gegner alleine ein und sein muss. Aber ihr müsst noch ein bisschen durchhalten, hm? Ich werde nicht. Die dürfen jetzt unseren Turm ja nicht erwischen von hier noch, weil ich so diesen persönlichen Kampf mit der Tussi habe. Er ist Level 1. Was ist mit dem, was ist mit diesem Spaß los? Verliehen wir deswegen, weil wir die ganze Zeit nur zu viert spielen? Ich kann die Saltigkeit zu 100% fühlen in mir drin. Tief in meinem Anus kann ich sie... Das ist jetzt wirklich eine Frechheit, oder? Wir sind die ganze Zeit nur zu viert gegen 5. Das ist schon so ein bisschen frech, ne? So, bitch, bleib mal stehen. Ja. Ich mache direkt die nächste weg, Alter. Ja. Verfickten Double Kill, Alter. Ich habe es einfach drauf, oh Gott. Wir müssen mal eben hier durchpushen, wenn die Mates noch ein bisschen aushalten in der Mitte. Ich kenne mich halt überhaupt gar nicht mit dem Spiel aus. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch eine Chance haben jetzt an der Stelle. Aber, also eben haben wir ihn ordentlich reingedrückt, oder? Die zwei. Und von hinten kommt direkt nochmal eine Truppe von uns, von unseren Minions. Wie heißen die eigentlich? Minions oder Creeps? Ich weiß es nicht. Aber ich bin gerade extrem zufrieden. Wir lachen. Den kriegen wir down. Den kriegen wir sowas von down, den Turm. Krass, wie stark wir sind. Kann ich nicht mehr leveln. Auf, komm. Ja. Alter, ich raste zu Hause, ne? Ich bin auf einem Killing Spree, Leute. Ich bin im dritten Spiel und bin fett am Killing Spree. Ja, krass. Was rufen die? Die rufen uns hier gerade, ne? Careful, sagen wir mal, sein. Okay. Ja, wir haben einen Inhibitor und Destroyed, Alter. Verstehst du? Das ist schon krass, ne? Das ist schon ganz schön krass, was wir hier treiben. Ja. Ja. Alter, ich gehe so ab. Was ist hier los, Mann? Was ist hier los? Ich habe voll das Lack gerade. Wir müssen hier noch ein bisschen Platz machen. Auf. Fuck, da kommt sie, da kommt sie. Nein, nein, nein. Du rennst jetzt nicht davon, du dumme Truller. Ja. Alter, ich bin unstoppbar, Leute. Oh, scheiße, scheiße. Ich muss ein bisschen... Oh, fuck. Hier sind schon überall Viecher. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, shit. Aber der stirbt, der stirbt. Ich kriege den. Ja. Alter, wie ich sie dominiere. Okay, okay. Egal, jetzt nicht killgeil werden. Wir können das, glaube ich, noch holen hier, oder? Analysiere ich das gerade richtig, dass es hauptsächlich hier meine Länge war, die jetzt hier ordentlich durchgependelt wird. Stirb, Alter. Stirb, stirb, stirb. Und meine Voice wird immer noch aufgenommen. Hervorragend. Was ist denn das hier für ein krasses Viecher, ey? Jetzt wird es eklig gerade. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck, aber hier ist alles jetzt voll mit ekligen Viechern. Könnte ich mir jetzt noch was kaufen? Ich kann mir jetzt von hier... Ah, doch, ich kann von hier aus den Shop anschauen. Ich stelle mich jetzt hier rein und warte einfach ein bisschen. Okay, nee, das ist eklig. Wir müssen auf die nächste Welle warten. Ich muss die zurückhalten jetzt ein bisschen. Scheiße. Ich... Oh, scheiße. Ich habe zwölf Kills. Zwölf Kills, sechs Tode? Eine KD von zwei. Bin ich gut oder bin ich gut? Jetzt drücken sie uns gerade ordentlich einen rein. Aber die werden schön geschädigt sein, wenn sie bei uns ankommen. Dann mache ich sie sowas und fände ich, Alter, das Sache stimmt gut, ne? Ja, die Mates halten sie auf, sehr gut. Aber ich will hier jetzt halten, ne? Ich würde eigentlich alle klatschen. Man kann das ja nicht irgendwie ver... Beschleunigen? Oder doch? Kann ich jetzt irgendwie so ein Sofort-Recall machen oder sowas? Und ich hole mir noch das hier. Ja, ich komme ja schon, Leute, ich regele. Oh, fuck, sind das viele, Alter, leck mich am Ärmel. Okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wie hart die uns hier jetzt schon gebumst haben, ne? Wir kriegen das doch nicht mehr hin, scheiße. Die kommen jetzt gerade da unten zu sechst. Fuck, fuck, Leute, oh Gott. Hey, aber, war das gut oder war das gut? Kann man da drauf einen Daumen hoch geben oder kann man da einen Daumen hoch geben? Wie sieht's aus? Seid mal ehrlich. Und war ich schön leise oder sind euch die Ohren abgefallen? Habt ihr Pipi in der Hose oder eher Kaka? Wie sieht's aus? Also meines Wissens war ich fast der Beste. Ich war der Beste, oder? Leute, könnt ihr mal eben analysieren, ob ich der Beste war? Sie hat eine viel bessere KD auf jeden Fall. Oder eher sie, Vladimir, ist wahrscheinlich doch ein Mann. Aber, ich steh hier oben. Was heißt das jetzt? Aber halt, dann würde der ja ganz unten stehen. Ich steh ganz oben, weil wenn Ash mit A beginnt. Ach so. Alles klar, gut, dann weiß ich ja jetzt Bescheid, ne? Aber ich war schon nicht schlecht, oder? Es ging. Es ging hoch.